Äh, genau, genau. Warum bin ich... Hast du mich hier gestunnt? Nein, du bist durch eine Falle gelaufen. Oh Gott. So ähnlich. Okay, du hast mich also gestunnt. Oh, ein menschliches Skelett. Oh, sehr interessant. Ein menschliches Skelett. Was ist das? LOL. LOL. LOL? Könntest du mal freundlicherweise so einen Wingster identifizieren? Und mir wiedergeben? Ich sehe das. Ich kann mal schauen, weil das Problem ist... Offenbar hatte ich irgendwann mal ein Item, was Lehrmeister gibt. Ja, ich weiß. Ja, und das habe ich jetzt nicht mehr. Das hält ich hier ab. Jetzt nur Lehrmeister 1. Jesus. So, was ist denn das? Entschuldigung, ich kann es ja probieren. Oh, ich kann es identifizieren. Hier. Finesse, Jägersmann und Pyrokinir. Ich habe eins für das. Finesse, Jägersmann und Pyrokinir. Und was ist das? Schutzengel! Oh, nice. Das ist cool. Einhändig und Ausdauer plus 5% ausweichen ist zwar auch geil, aber... Das andere Ding ist auch geil. Das gebe ich mal Aiwan. Oh, ich wollte das gar nicht ausrüsten. Und Schweine füllen. Wir müssen jetzt Schweine füllen. Und quälte. Und du brauchst definitiv einen Stuhl, der nicht knackt. Ah, das ist immer noch nicht mein Stuhl. Ich weiß, ich spreche dich einfach nur mit an. Oh, guck mal, ich habe noch was gefunden. Ich habe noch was gefunden. Ich habe noch jemanden gefunden. Oh. Ach stimmt, das war ein Fight, den wir nicht gewinnen konnten. Jaaa. Ah. Doof. Ich dachte mir gerade so, oh guck mal, ich habe was gefunden. Oh. Oh shit. Oh. Well. Du hast erklärt, warum ich da noch nicht war. Das ist komisch. Ich konnte das nicht passieren. Ja. Ist eigentlich da hinten schon wieder. Achso, da geht's weiter. Ja gut, wir hätten hier eh hingemusst. Oh Gott. Okay, wer hat denn am wenigsten Mark Schoristogen? Du hast einmal wenigsten Rüstung. Du hast auch fast keine Rüstung. Du, Drexding, hast viel Rüstung. Du hast eine Mittelrüstung. Das scheiß Ding soll am besten sterben. Was dumme ist, der Tag wird sich gleich auch wieder durch die Gegend. Hm. Cool. Und von der Position aus treffe ich sowieso nichts um niemanden. Dann beschlage ich halt. Ich würde ganz gerne noch irgendjemanden stunnen oder sowas. Also was ich mache. Das hier. Das ist irgendwie schockiert auf meines Angriffs. Hier. Da ist... ah, da ist ein Wasserpilchen. Okay, das funktioniert. So, funktioniert. Hat zwei separate Infa am Laufen, oder wieso kannst du währenddessen auch was machen? Äh, ach nö, ich hab mit Fein geschaut, ob ich irgendwas... ... sinnvolles im Kampf machen kann, bevor ich beitrete, aber... War zu weit weg. Wahrscheinlich nicht. Kann ich auf dich verschießen? Nein, kann ich auf dich verschießen? Nein! Ah, ich kann das mal. Aha! Hm, ich muss mich nicht weiter, Mama. Er ist weit entfernt, Mama. Oh, fuck yourself. Weil ich bin zuerst für den Reinigungs encourage. Also ich finde das nicht auch ein paar Geschichten. Also ich bin die Schaden, die das Ding, die das ist schön. Oh, ich bin zuerst viel. Also ich bin zuerst für die Neu Richard, das ist in mir immer noch nie, dass ich mich verhäßt. Aber ich habe das alles zuerst. Aber ich habe das alles zuerst, was ich dir kenne. Oh, ich bin des Schaden, ich bin mir schon die Hollow, das mir nicht verhätzt, was ich mich gedacht. Aber ich habe das alles zuerst. Du, es ist du, ich habe dich gebeten, wenn du ein Schwer auf dich bekommst. Verlust in meinem Leben für dich. Unfair. Gut, dass er mich findet, aber dich angreift. Also ich habe damit kein Problem. Mhm. Guck mal, da kommt noch jemand. Start. Stop. Ey, jetzt war aber nicht nett. Okay. Ey, ich muss halt einen Schub näher an. Du kannst keine elektrische Durchtränke gehören. Hast du eine Enttäuschung? Doch, du hast eine elektrische Durchtränkung. Du hieß gerade Wasser? Oh, warte mal. Bei mir stand gerade Wasser. Ja, aber es stand Wasserdurchtränkung. Ich weiß. Das ist meine Inkarnation eigentlich schon tot. Jetzt nicht. Die Sonne. Die ist nur geschubst. Ja, und fast tot. Ja, tot und fast tot ist schon ein Unterschied. Wie geht's? Ich weiß nicht. Das ist meine Inkarnation. Wieso kriegst du meinen Akten, die keine Kurze zu stimmen? Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Akten. Ich habe nicht genug Aktenspunkte. Ich glaube, es gibt noch einmal pro. Oh, komm. So, egal, ich hab mich nur jetzt noch guter als soll's. Du bist jetzt für zwei Runden rausgenommen. Haha, war das eine Drohung? So, mein lieber Scholli und Schwan, kann ich dich jetzt hier ernstlich mal... ...hier so für mich, Leute, Mama, der ist nicht außer Sichtweite. Nein, der kriegt kein Ge-Fuck-you ins Knie. Das war ganz gut sicher. Willkommen hin, Lea-Lappen. So, was sagst du nun? Jetzt, Konad, was sagst du? Fuck you! Thank you! Okay, ich würd gern jetzt... ...weil ich betäubt bin. Oh, ist doof, ne? Weißt du was? Ach nee, warte mal, die haben wir noch... ...wobei der hat keine physische Rüstung mehr. Bitte nicht für Immuni... äh, Dings... Krankheiten. Ich weiß schon, was ich möchte infizieren. Weil dann krieg ich das auch. Ich könnte versuchen, die verwesende Aeromantin vielleicht zu treffen. Mit der Infektion. Könntest vieles tun. Könntest mich auch heilen. Nur so. Das kann ich grad nicht. Ich hab den Ring nicht ausgerüstet. Ah, Jesus. Das ist dein einziger Job, du... ...ein Job. Nein! Ist jetzt nicht. Das ist halt der Grund, warum Fane nicht stirbt, sondern wir zuerst, weißt du? Ja, Fane kann sich ja nicht selbst heilen, weil die Heilung stattfindet. Ja doch, mit so dem Ding hier, mit dem Mückenschwar. Hm, nein. Und ich hab hier extra so Sachen wie Giftpile, damit ich Fane hier retten kann. Ja, aber braucht der nur nicht. Das ist es halt. Na doch, das stimmt auch, wenn. Das ist ein paar Mal. Der ist bloß meistens irgendwo am Arsch der Welt. Ja, steht halt hinten und macht schon da was. So, ich kann jetzt eigentlich nicht so groß genug machen. Ja, ne. Du bist ja schon gepiped. Natürlich bin ich schon gut drin. Ja, nicht du. Der auch. Ah, ja. Ich kann. Hm. Den Schredder, ich bin immer auf Nürnberg. Das ist nicht so groß genug. Gar nichts. Ja, außer du hast jetzt vor allem mit magischer Rüstung. Also ich bin nur noch dafür, dass du wirklich mal anfängst, wieder auf Regeneration mit Fane zu gehen. Weil wir sterben ja immer andere. Ich bin... ich geh halt nicht auf Regeneration mit ihm. Das einzige, was ich hatte, war halt dieser eine Ring. Du musst halt nur... ja eben. Das reicht doch. Ja, aber Fane's Zweck ist halt nicht auf diesen einen vergangenen Ring begrenzt. Ja doch. Und weißt du, jetzt ne Infektion, wenn er schön drin öffnen will. Fane macht ja andere Dinge. So, ich bin magischer Schaden, das heißt, wir können. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das riecht andauernd nach verbrannten Schreck bei mir. Das riecht ein richtig irritierender Geruch. Ja, hör auf! Schreck zu verbrennen! Jaaa... Ich baue mal das Fenster wieder auf. Jaaa... Ich baue mal das Fenster wieder auf. Es riecht halt ohne Scheiß nach Harnstoff. Hm. Ich baue mal das Fenster wieder auf. Jaaa... Ich baue mal das Fenster wieder auf. Jaaa... Jaaa... Ich stirb. Was? Du hast geschockt über die Fähre. Du stehst grad auf Eis voll. Jaaa... Also... Klopst du jetzt doch mit magischem Schaden auf sie, Mensch? Ne, es ist ein Ölfass und er ist verlangsamt. Wow. Es ist jetzt gesegnet und es gibt satt. Alles klar. Lol, das geht. Das ist ja mal das Lächerlichste, was ich schon mal gesehen habe. So... Sofüß! Und... Sofüß! Wow, wirklich! Wirklich! Heiliges Feuer! Wirklich! Wirklich! Jetzt bin ich vor Feuerschaden geschützt! Ganz toll! Wieso ist es jetzt wieder normales Feuer? Das ist wieder heiliges Feuer. Dank dem. Sehr verbunden. Also die Situation hat sich verbessert. Das möchte ich nochmal festhalten. Das ist überhaupt nicht verbessert. Das ist alles in Flamm aufgegangen. Die werden halt nicht mehr geheilt, ne? Das stimmt. Es hat sich also verbessert. Nein. Nein. Ich hab ich Schaden gekriegt. Mein Wichter. Obwohl... Eigentlich müsste ja auch geheilt werden. Ich brenne, gleichzeitig bin ich reguliert. Nein. Das war's. Ich heil mich jetzt einfach nochmal. Das ist etwas zu doof. Wieso muss dieses Ding direkt bei mir stehen? Ja. Wie viel hat die denn? Ich geh jetzt nächstes auf die verwesene Ero-Mantel mit. Sieben. Aber ich glaube, die macht das schon. Ja. Ja, wir sind schon. Ja, wir sind schon. Okay, folgendes. Ey, ich weiß nicht, was er... Physische Rüstung. Was soll das? Ähm... Da bin sie halt angefackelt. Sie haben aber nicht viel. Physische Rüstung. Ja, aber ich kann sie nicht niederschlagen. Ja. Wieso? Stab! Schöööö! Wuhu! Tschöööö! Alter, lass meinen Armen Ivan einfach mal leben. Und vor allem, weil was tun verdammere Arzt! Ach, guck mal, er wurde geheilt! Oh ja, ach von ihr, geil. So, du hast... Bei dir muss ich also physischen Schaden machen. Ey, ich mein, den da hinten kann ich infizieren, da ist halt eh grad niemand. Das richtig. Bam! Take das. Take das, genau. So, was gibt es denn? Oh, die Krankheitserreger. Skeletu. Geht das an als Skibby oder Skeleti? Haha! Fass mich gerade, das muss ich sagen. Das ist auch scheiße. Kriegst du weg? Krieg dich! Finde ich gut immer weiter. Das, äh, du weißt, ich bin aus deiner Seite. Du bist töten, warum läufst du denn weg? Warum gehst du denn... Warum denn nicht auf Fame, du Lurich? Ja, okay, okay. Ist so, ich wollte... Nee, nee, jetzt kann ich mich hier nicht um die Ero-Mantik kümmern. Ich find das witz. Es ist halt vollkommen dämlich. Ausgleichende Gerechtigkeit. Kannst du dich nicht selber heilen? Nein, ich hab dich nämlich erst geheilt, weil du rumgejarrt hast. Ja, ich find die gut. Ja, ich wär ja auch vorher wie sonst gestorben. Kannst ja, keine Ahnung. Irgend irgendwas tun. Ja, ich kann Dinge jetzt nicht. Deine physische Rüstung entfernen. Danke, sehr verbunden. Mhm. Das machst du toll. Ich... Ja, ja, mehr kann ich halt auch nicht machen. Er ist nämlich nicht in Reichweite. Wobei... Du stehst standhaft wie festgewachsen auf deiner Position. Ich will doch nur ne fucking Granate werfen. So, ah jetzt. Nein. Nein. Öse. Lenkgranate. Nein. Nein, damit krieg ich doch auch ab. Ja, nee, ich wollte die gar nicht auf dich werfen. Ach so. Was ist auch mit dem Weg zu los? Ich hab mir gedacht, dass ich die auf den vor mir werfe. So. Ich mein, ich kann nichts anderes machen. Also kann ich auch quasi das machen. Oh Gott. Ja. Ja. Kann sie auch nicht. Haha. Okay. Das ist doch. Stimmt. Frostrüstung sogar. Jetzt ist nämlich nur noch mehr Feuer und nicht geheiligtes Feuer. Weißt du? Das ist scheiße. Aber ich hab eher nicht gedacht, dass das Feuer wird. Also. Ich war's ja nicht mal du. Doch, ich war das. Ich hab nämlich, äh, das war dieser Dimensionsbolzen. Das stimmt. Warum jetzt? Nö. Lass einmal. Bisher hast du uns mir geholfen. Nee, ich sterb hier. Alter, du hast halt mehr als drei Viertel Leben auf beiden Charakteren. Ja, was? Wenn dann eine Zustand so will. Nein, ich sterbe hier. Ich sterbe. Nein. Ich sterbe. Psst. Okay, das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es funktioniert. Wir sollten irgendwas jetzt mal langsam töten. Wie mit den VD. Okay. I'm on it. Du musst da anstürmende Ochse als Fähigkeit haben. Also nicht. Also auch nicht. Hä? Ja. 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 Ich bin ja dran. Ja. 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 Ja öhn. Ja. 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 Der lebt halt einfach mit 5 HP. Was sind das immer? Ey, was ist das? Feuer mit Feuer bekämpfen, hm? Wow! Ja, Nico Feuer mit Feuer bekämpfen! Würdest du mal Dean vor dir töten? Ich bin... dabei! Hm. Gleich nicht. Okay. Einfach alles. Jo. Ich lebe den Fing. Toi, jetzt kommst du auch noch hoch. Ist klar, ne? Guck mal, jetzt bist du auch infiziert. Ich find das okay. Mhm. Ich bin immer noch geliebt. Die Samtel haben sie nichts gewonnen, außer dass die Verwesene ihrer Mantel immer noch da ist. Wir haben generell nichts gewonnen. Wir können das ja noch gewinnen. Das sieht ja nicht nur aussichtslos aus. Also außer für Sibyl, aber auch. Du gefährst ja am meisten. Ja, schau mal ihr Leben an und ihre nicht existente Rüstung. Und die Tatsache, dass sie die nächsten Runden... äh, kein... naja... Keine Aktionspunkte hat. Was willst du? Hm? Tschüss. Ich kann dir leider halt auch nicht helfen, ne? Hm. Kein aus dem Problem. Ich kann aber ihn tentakeln. Na ja, das ist doch schon mal was. Held geblendet, panisch verzaubert, schlafen, wütend und wahnsinnig. Ich renne mit Fane jetzt einfach gleich hoch und hilf dir dann. Ich will einfach irgendwo hingehen, wo es einfach grad kein fucking Mikrofeuer hat. Dann geh halt einen Schritt zur Seite. Hm. Tschüss. 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 Sieht ungesund aus. Mhm. Fortsetzung der Chronik, Champion der Götter. Okay. Interessant. Kann ich vielleicht... Ja, jetzt lohnt sich's auch nicht. Ich kann ihn auf jeden Fall teleportieren, aber es bringt's nicht. Äh, tatsächlich, Mensch. Ich könnte aber diesen Leeren erwarten. Einfach mal woanders ihn teleportieren. Verflugtes Wasser. Gut. Charaktere überleiten Schaden, wenn sie geheilt werden. Na, nicht gut. Charaktere überleiten Schaden, wenn sie geheilt werden. Alles klar. Äh, nicht gut. Hm, der kriegt natürlich keinen Schaden. Ja. Ich könnte ihn aus Prinzip anstürmen und weiter physischen Schaden verursachen, will ich aber gar nicht. Ob ich denn was anderes nützliches, was ich mir in den Felser holen kann? Äh, nein. Super, ja. Ich kann seine Flächen hier verringern. Dann kommt er aber zu mir ran, ohne Schaden zu kriegen, was noch was zu tun ist. Och, Mannu, was machen wir hier? Ach, scheiße. Und, äh... Alter, lass meinen Eibern holen. So, jetzt kümmere dich, tu dich mal um diesen Leeren erwarten mal. Nee, äh... Nee, ich wollte gerade hochgehen. Eigentlich. Wieso willst du hochgehen? Weil da zwei Leute sind. Und nur ein Zombie. Außerdem sind da oben eine Leine. Warte mal. Oh, warte mal. Der ist in Reichweite. Okay, dann schick ich mir einen Zombie hoch, das ist okay. Ja, du bekommst ja deine lustige Infizierungsdinge und so weiter auf diesen Tiefen. Ja, zu, ich hab immer noch Kuidung so wie jeder andere auch. Ich schretter ein bisschen Magik Rutsch und... ...wenn irgendeinem Einschläfern. Und... ...formuliert gut. So. Jetzt muss nur noch meinen Eibern überlegen. Was machst du? Mit physischem Schaden. Genau. More Step. Gute Sache. Und jetzt... BAM BAM! Oh, ich wollte nicht mit Gift Schaden hauft. Es geht leider nicht. Ich kann mich nicht halten. Warum? Tja, also wenn sie jetzt noch im Leben wäre, dann hätte ich eine Heilung freigehalten, ne? Ich sag ja, du... Ich bin einfach gar nicht da. So. Würde ich nehmen. Aber ich kann ja beim nächsten... Warte mal, ich kann ja mal schauen, was er für den Fang sehen. Ja, stimmt. Er muss ja einmal... Wenn er einen Hydrogoph ruft, dann kaufe ich mir einfach Regeneration und nehme da zum Beispiel mein Kit mit rein. So. Blutring brauche ich jetzt natürlich nicht, hoffe ich. So, wir sind jetzt alle angeguckt. Nein, du gehst nicht auf mich. Nein. 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 Danke. Ich hab's geahnt einfach, dass die Typen da oben drauf haben. Hm. So. Ich kann eine Inkarnation aufrufen. Oh je. Wann kann ich ihn auch noch am besten verlangsamen, wenn's gut läuft? Verlangsamen ihn. Cool. Gut. Haha. Haha. Dann stelle ich mich aber in den Weg. Nein, du gibst mich auf Eibern. Das ist halt die Totschlag-Kambo. Ja, aber damit killst du halt auch potenziell dich selber. Und zwar? Du hast im Prinz gerade nix, hier brennt alles. Sie hat das nicht, äh... Also, solange man noch magische Rüstung hat, kann man das ja machen. Hauptsache, der Gegner hat keine. Ähm... So, was brauchen wir? Ich schätze mal, wir brauchen eine Wasser-Inkarnation. Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Da steht übrigens ein großes, hässliches Viech neben mir. Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ist ja das. Kannst du übrigens Eibern halten. Ähm, da war ich gerade dabei, aber du wirst nicht in Sichtfeld, du müsstest zwei Schritte nach links gehen. Oder du gehst mit deiner Inkarnation einfach nur ein Stück hin. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich dich dadurch erreiche, weil du bist halt durch den Stein blockiert. Ich hätte ja gesagt, geh halt auch nach rechts, ne? Ja, da kann ich nicht rein gehen, da ist Feuer. Ja, und? Das Ding hat 84 magische Rüstung. Aha. Das hat immerhin 84 magische Rüstung. Ja, und? Das würdest du auch brauchen. Guck, weil das wie geht jetzt auf das... Ich glaube, ich freue mich. Nein, gut. Hei ich mich halt selber hier, du... Ist das überhaupt kein Problem. Das ist schon... Dass du dich selbst heilen musst. Ja, wozu hat man Lakai? Mhm. Mhm. Das dumme ist, die oben haben alle noch magische Rüstung, aber keine physische und ich mach halt magischen Germ. Sogar. Deswegen war ich ja auch mit dem Dieb da rum. Tatsächlich. Genau. Kann ich den Dings da schocken? Ich kann ihn schocken. Ja. Hm. Lässt du meinen roten Pitz? Also ich weiß nicht, wie er es schafft, unterkühlt zu sein, wenn um ihn herum Feuer ist, aber er hat es geschafft. Ja. Er kann es halt einfach. Ja. Ähm. Ach so. Verlinke halt. Ist so praktisch. Mhm. Mhm. Jetzt kann ich dich noch infizieren. Oho. Hey guck mal, dein Zombie ist besser geworden. Der hat 850 EP. Als Töte es. Eigentlich. Okay, dann muss man die Inklationen wieder alles richten. Mhm. Step. Step. Haha. So viel dazu. Haha. So eine Heide, die übernimmt. Also du stehst immer noch hinter dem Stein. Und ich nicht. Wenn ich auf meinen Abdecken. Kann ich nicht, weil ich das Vieh grad schon getötet habe. Haha. Ja, dann machen wir was anderes. Dann heilt das Ding da oben. Den verweseln der Romanten. Hm, warte mal. Der hat aber magisch. Jetzt geht er physisch. Regenerieren geht auch physisch. Ne, der steht, der steht doof. Also ich müsste weiter von der Leiter weggehen. Ich kann halt nichts machen, das ist auch nur eine AP. Also hier, guck mal durch die Falle oben drum. Ich weiß nicht, ich hab die bisher hinweggekloppt. Ich bin bereit. Ich muss halt den Waffen reparieren. Ich bin bereit. Einen Auf Aten. Ich bin bereit. Weißt du, was der Witz ist? Ich treff das Ding von dir. Ja, du bist ja auch weiter weg von der Leiter. Kannst du. Ich glaube, ich habe in diesem Kampf schon mehr Leute getötet. Stimmt nicht, du hast immer nur abgefrühstellt. Nein, also du warst ja oben alleine gegen drei Leute. Ja, du hast ja unten auch x-tausend und das ist so dreckig. Mit Faden habe ich irgendwie drei Leute getötet. Ja, und ich habe die Vorarbeit gemacht. Naja, die hier oben hatten keine Vorarbeit von dir. Nee, aber du bist ja auch gestorben währenddessen. Und doch, zwei von denen, die kamen, hatten schon Vorarbeit von mir. Ja, Faden hatte groß drei geleistet, von dem einen, der hochgekommen ist. Schon mal wieder. So, warte mal, hier haben alle... Oh, was ist denn das? Ist der jetzt das einzige da oben? Oh, ich habe gerade keinen physischen Schaden, also kann ich es eigentlich auch lassen. Dann lass uns und töte ihn mit dem Zombie. Ja... Aber ich gehe trotzdem hoch. Toll. Ja, komm, du hast ja alles. Ja, das habe ich bemerkt. Ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller, ich bin schneller. Ich kann dich immer noch nicht sehen, du bist zu weit weg. Oh fuck. So, warte mal. Haha. Ah. Ich hätte es gesagt, mach doch gleich einfach den Aeromanden damit weg, aber okay. Ja, der hat ja noch magische Rüstung. Ja und? War noch. Ja, wir können euch jetzt einfach mit Füßlischaden draufschlucken. Gibt doch wirklich nicht mehr so. Ach verdammt, mir fehlt eine AP dafür. Scheiße. Hätt ich mal gleich das gemacht und... ja. Wieso hat er so einen Hass gegen den Rotenprinzen eigentlich? Du bist halt der Tank. Ey, ich meine, die Aufgaben hast du ja auch gut erfüllt, ne? Ja, guck. Nie, 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 nie. Mach dafür gar nicht. Nö, ich habe ja nur gesagt, ich habe mehr getötet als du. Ahaha! Ahaha! Toll! Ja, ich bin das toll! Was ist das? Verdammt, ich kann es aber leider nicht mehr angreifen! Ah! Naja! Wow! Ah! Ich bin beträumt! Hmhm! Oh! Was ist das? Boah, ist das jetzt blutig? Ist das jetzt blutiger Nebel? Ja. Was ist das? Just because fuck you. Blut. Wolke elektrisch genahdenen Blut. Nice. Ich dachte, das sei... Ich meine, das sieht ziemlich cool aus, musst du schon zugeben. Ich glaub, ich warte jetzt einfach hier oben und warte einfach mal auf das... Mein Volk mal wieder kommen. Okay, wie eine riesige Kartoffel. Nein. Doch, sie ist halt schon... ...Fans. Wow. Oh, irre. So. Riesige Kartoffeln sind Pugel. Riesige Bratkartoffeln. Ja, was ist das? Keine riesige Bratkartoffeln. Riesige Bratkartoffeln. Super. Ja, ja, wir reden. Riesige Kartoffeln. Zingaaaaa. Endlich. Doch. Warte, wir müssen gleich miteinander reden, wir müssen gleich miteinander reden. Komm runter. Ja, ich bin ja schon. Soll ich mit mir reden? Soll ich nicht, ich muss mit dem Rundbrinz reden? Ich muss mit dem Rundbrinz reden! Ich muss mit dem Rundbrinz reden! Wie können solche einfache Beasts meinen Namen kennen? Sicherlich... Ah, ich find's einfach schön, wie einfach die meisten von mir einfach so absolut... ...fuck you sind. Ja, trotzdem. Super. Du bist so komplett ignorant im Essen. Du bist so komplett ignorant im Essen. Ich weiß nicht. Wir können mal speichern. Ja. Jetzt, wo wir das auch mal hinter uns haben. Was hast du gefunden? Wo hast du's gefunden? Oh, ich hab ein Ding gefunden! Ich muss nicht weitergehen. Wannst du... Geht's da weiter? Kannst du mit rein teleportieren? Geht euch nicht? Nee, geht, glaub ich nicht. Ich glaub, es soll einfach nur so aussahen. Die... Die Kunst der Zerstörbraun-Kanalaten! Geht doch, lass ich ab. Hey, hey! Eine Droge! Ui, Glücksbringer! Oh, eine Feuersprungfalle! Ui! Deine Gäste wandert über das solleben stöne Gesicht, das überliegt das Wasser. Oh! Für die kurze Momente, es scheint, als ob ihre Augen hier leben und mit deinem schlafen. Deine Gäste wandert über das solle... Hä? Ich hab das Gefühl, da sollte ich einen Schnellreisepunkt freischalten, tue es aber nicht. Deine Gäste wandert über... Ich kenne mich. Wenn nicht. Gibt's vielleicht nur eine maximale Anzahl an Schnellsprecherpunkten? Nee, oder? Das wäre gut. Bescheuert. Also schnelle Reisepunkten. Die Bären sind ein bisschen dämlich. Hallo, Ratte! Was ist mit dir? Hier, sag ich mal, veralt! Das ist ein bisschen dämlich! Was ist mit dem wieder vergeht? Oh, da hinten ist so ein leuchtenes Dingsbums! Oh, da hinten ist so ein leuchtenes Dingsbums! Die Musik ist cool, aber... Die Musik kenne ich gar nicht. Die Musik kenne ich gar nicht. Die Musik kenne ich gar nicht. Jetzt bin ich erst ein, ich habe nicht da ihn zu tun. Die Musik kenne ich nicht. Das ist aber gut. Ich bin einfach hier... Ich nehme die Musik kenne ich. ... Was ist das? Da war gerade einfach die komplett epische Musik voll aus dem nix für nix. Ah, interesting. Ich glaube wir wollen zuerst Quellen-Magie-Punkt finden und zu... da ist ein toter Bär. Warum ist da ein toter Bär? Oh, weil er gestorben ist. Danke. Bitte. Jetzt können wir die Musik wieder ein bisschen leiser machen und die Kampfmusik ein bisschen leiser machen. Anwenden, annehmen und weiter im Text. Okay. Lassen wir jetzt einfach den toten Bär weg. Oh nein. Ah, ich hab einen toten Magister. Ich kann dich hören! Captain! Ist das du? Ja, ist es nun für mich. Oh, ein Magister-Tang. Oh, ein rötlicher Kerl. Er hat richtig... Ah, verdammt Axt! Eiwein, warum gehst du hin? ...corine quat yea weiter... Tschüss... Er hatinho oss bei den Bart. bonne... Ups!